Ich ging durch den Vorhang und hinten auf der anderen Seite des Raumes hing ein riesiges Bild von Jesus. Sie hatten mir nicht erklärt, worum es ging und auch nicht, warum sie dafür ausgerechnet einen wie mich brauchten. Ich stellte mich hinter den Stuhl, Hände hinter den Rücken, Augen gerade heraus, verständlich wach. Aber wenn man Martha gesehen hat, wenn man gesehen hat, wie sie ist, was sie für ein Mensch ist, dann ist das was anderes. Man vertraut ihr und dem, was sie tut, irgendwie, und warum, also ich jedenfalls. Mir doch egal, ob das Kunst ist oder wer was auch könnte. Hauptsache, dass sie nicht langweilig ist, unsere Galerie.